Hey Leute, heute gibt es wieder ein extrem spannendes Thema und zwar gehen wir heute auf die wohl derzeit meist diskutierteste Aktie am Aktienmarkt ein. Und zwar geht es heute wieder um Tesla. Und viele von euch wissen ja, dass ich selber in Tesla investiert bin. Ich weiß aber auch, dass es einfach derzeit zwei Lager gibt, bei denen die einen sagen, nee, Tesla ist einfach nur eine Blase, ein Hype. Diese Blase wird dann irgendwann platzen und dementsprechend dann auch der Kurs irgendwann einbrechen. Und die anderen Leute, die wirklich an Tesla glauben und vor allem an Elon Musk und seine Vision und dementsprechend auch in das Unternehmen investieren. Letztens hatten wir ja den Battery Day bei Tesla und vor allem auch noch die Q3-Zeilen wurden jetzt veröffentlicht. Daher möchte ich noch einmal auf das Ganze eingehen. Nun ja, es sieht wohl so aus, dass vielen Investoren, vielen kurzfristigen Investoren oder auch Tradern der Battery Day nicht so gut gefallen hat. Daher ist auch der Kurs dann irgendwie eingebrochen von der Tesla-Aktie. Jetzt kursiert er ungefähr bei 350, 360 Euro. So um den Dreh bewegt er sich gerade. Ich persönlich muss sagen, dass ich langfristig gesehen bei Tesla sehr bullisch eingestellt bin. Und mir persönlich hat auch der Battery Day sehr gut gefallen. Er war sehr aufschlussreich und wie Elon Musk das Ganze gehandelt hat, fand ich sehr professionell. Auf die einzelnen Punkte werde ich hier gleich auch nochmal eingehen. Was ich aber sehr, sehr toll finde jetzt schon, muss ich sagen, sind die Q3-Zeilen von Tesla. Und zwar hat es Tesla wieder geschafft, einen neuen Rekord aufzustellen. Die haben es nämlich geschafft, jetzt im dritten Quartal 139.000 Fahrzeuge zu verkaufen. Und der letzte Rekord war erst 2019 gewesen im vierten Quartal. Dort hatten sie ungefähr 112.000 Fahrzeuge verkauft. Dementsprechend sieht man, dass der Sprung schon wirklich sehr, sehr stark ist. Und das trotz der Pandemie, trotz den ganzen Problemen, die auch die ganzen anderen Autohersteller haben. Und das ist wirklich sehr, sehr stark bei Tesla. Vor allem, wenn wir jetzt noch darüber nachdenken, dass saisonal gesehen eigentlich das vierte Quartal bei allen Autoherstellern das stärkste ist. Das heißt, wir können gespannt sein, um zu sehen, was im vierten Quartal noch passiert. Hinzu kommt natürlich nochmal, dass im dritten Quartal jetzt noch nicht der Profit veröffentlicht wurde. Das heißt, die Zahlen für den Profit müssen wir uns auch nochmal genauer anschauen. Da bin ich aber auf jeden Fall schon sehr, sehr gespannt. Was ich bei Tesla extrem stark finde, ist, dass die das Ganze geschafft haben. Das ganze Wachstum, was die jetzt gerade machen, von Mund-zu-Mund-Propaganda. Das heißt, das Ganze läuft wirklich ohne Werbung. Elon Musk bzw. Tesla bezahlt keine Werbung. Die bezahlen kein Geld für Werbung, was die ganzen anderen Autohersteller ja machen. Man muss sich einfach mal überlegen, was passieren würde, wenn die natürlich Geld in die Hand nehmen würden und auch für Werbung investieren. Das will Elon Musk aber nicht. Die wollen eher das Geld investieren in das Produkt selber. Und das ist auch das, was Elon Musk ja immer sagt. Er will ein Produkt haben, das wirklich das Beste vom Besten ist. Das heißt, das muss die Distanz zu allen anderen Autos herstellen, muss einfach extrem gut sein, damit die Leute auch bereit sind, diesen Preis dafür zu bezahlen. Das heißt, das Produkt muss so, so stark sein, so die Leute überzeugen, dass die Leute auch keine Hemmnisse haben, da etwas mehr für zu zahlen. Was mir wirklich sehr, sehr gut gefallen hat bzw. was ich immer noch sehr feiere, ist der Battery Day und die Information, die Elon Musk dort rausgehauen hat. Denn meiner Meinung nach ist das wirklich ein Game Changer und zwar für jeden bullischen Investor, der halt langfristig dort drin bleiben möchte. Ist das wirklich fantastisch, die Information, die er gesagt hat. Es sieht wohl so aus, dass die Kosten für die Produktion der Batterie um 56% gesenkt werden. Und gleichzeitig wird das Ganze auch um 54% effizienter. Das ist wirklich hervorragend, vor allem wenn man sich jetzt Gedanken dazu macht, dass Elon Musk auch versprochen hat, in spätestens drei Jahren so ein Tesla zu erstellen, dass man den für 25.000 Dollar kaufen kann. Das heißt, das wird auch für ganz normale Bürger auch erschwinglich sein und nicht nur für die reichsten der Reichen. Das wird wirklich diese Massenproduktion, diese Skalierung nochmal wirklich ein Stückchen nach oben pushen und dementsprechend dann auch den Profit von Tesla. Außerdem sind natürlich viele der anderen Autohersteller Tesla sehr viele Jahre hinterher. Das heißt, Tesla ist wirklich sehr weit vorne. Der Grund dafür ist einfach, dass Tesla nicht die Probleme hat bzw. nicht die Abhängigkeit in den Lieferketten, denn Tesla produziert viele Teile einfach selber her und das können die anderen Autohersteller gar nicht managen. Trotzdem scheint es, dass von vielen Investoren die Erwartungen einfach nicht erfüllt worden sind beim Battery Day und daher ja auch der Kurs dann eingebrochen ist und viele kurzfristige Investoren waren einfach viel zu gehypt, vor allem in den Medien wurde das Ganze viel zu gehypt für die Battery Day. Ich muss aber sagen, dass ich fand, dass Elon Musk das Ganze sehr professionell gemacht hat, denn ich weiß nicht, ob euch der Osborne-Effekt etwas sagt. Das kann aber wirklich etwas Verhängnisvolles sein für viele Growth-Unternehmen, an dem die dann wirklich pleite gehen. Und ihr müsst das Ganze euch einfach so vorstellen, hätte Elon Musk jetzt schon gesagt, an diesem einen Battery Day, dass in ein paar Monaten oder in einem Jahr ein Tesla rauskommt, der nur 25.000 Dollar kostet und zwar auch noch mit einer besseren Batterie, dann hätten viele Leute einfach keinen Grund gehabt, jetzt schon einen Tesla zu kaufen und dementsprechend wäre natürlich auch der Profit bei Tesla sehr stark eingebrochen und die hätten dadurch natürlich auch pleite gehen können. Wenn man das Ganze dann aber einfach in ferne Zukunft schiebt, obwohl man jetzt schon die Möglichkeit hätte, die technologische Möglichkeit, das Ganze jetzt schon zu erstellen, haben die Leute natürlich nicht so viel Geduld und sagen sich, ah okay, das dauert ja noch vielleicht drei Jahre, vielleicht dauert das Ganze auch noch viel länger, wer weiß das schon. Dementsprechend warte ich noch nicht noch länger und kaufe mir den Tesla einfach jetzt und das verhilft dann einfach natürlich Tesla beim Profit. Generell muss ich sagen, bin ich bei Tesla sehr bullig eingestellt, einfach die Entwicklung von Tesla als Growth-Unternehmen finde ich sehr, sehr gut. Sie sind sehr innovativ, wenn sie auf den Markt gehen, dann wollen sie wirklich mit ihrem Produkt auch die Besten sein. Das heißt, sie wollen auch wirklich um einiges besser sein als der Zweitplatzierte, den reich ist, nicht einfach nur einen kleinen Vorsprung zu haben. Das ist auch das Wichtige bei Growth-Unternehmen, wenn wir uns mal angucken bei Apple zum Beispiel, genauso sieht es nämlich dort aus, wenn Apple damals, als die die iPhones rausgebracht haben, nicht wirklich diesen großen Sprung gehabt hätten zu den alten Handys, dann wären die Leute auch nicht bereit, so viel dafür auszugeben. Dementsprechend muss man immer, wenn man so innovativ sein möchte, wirklich auf dem ersten Platz sein und nicht irgendwie direkt an dem zweiten dran und dann nebeneinander die ganze Zeit konkurrieren. Und das finde ich wirklich sehr gut. Außerdem die Einstellung von Elon Musk zum Unternehmen selber, zu dieser Vision, er als CEO, finde ich einfach fantastisch. Da müsst ihr euch gerne mal ein paar Podcasts anschauen, zum Beispiel hier. Und das sagt er einfach mal so ganz lässig, dass ihm das egal ist, ob die Leute Aktien verkaufen, also ob die in den Tesla investiert sind oder nicht. Und ich finde das einfach sehr gut. Er denkt nämlich wirklich an die Vision von Tesla, wie er das Ganze umsetzen kann und nicht einfach nur an den Profit der Aktionäre. Und das erinnert mich auch wirklich an Jeff Bezos damals mit Amazon, habe ich euch auch schon mal ein paar Mal gesagt. Der war nämlich auch wirklich auf dieses Wachstum fixiert. Ihm war das egal, ob die dann Profite machen im Quartal oder nicht. Die haben ganz, ganz lange wirklich Verluste gemacht, weil ihm das Wachstum viel wichtiger gewesen ist. Und genauso sieht es bei Tesla aus und dementsprechend denke ich, dass es in Zukunft wirklich noch hervorragend sich entwickeln wird. Was mich jetzt interessieren würde, ist natürlich eure Meinung. Was sagt ihr, was haltet ihr von Tesla? Ich weiß, viele von euch sind wirklich kritisch, sind nicht von Tesla überzeugt. Mich würde es trotzdem interessieren, wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr mich natürlich unterstützen. Einfach einen Daumen nach oben da lassen, diesen Kanal abonnieren würde mich sehr, sehr freuen. Ansonsten, wie gesagt, eure Meinung einfach in die Kommentare. Bis dahin, investiert sinnvoll und sicher und wir sehen uns wieder nächste Woche.